Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite Shop vom heutigen Tag. Und wenn ihr auch gerne jeden Tag den neuesten Shop sehen wollt, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert auch gerne die Glocke, denn dann kriegt ihr jedes Video mit. Jetzt würde ich aber sagen, zeige ich euch direkt den neuesten Shop. So, heute sehen wir schon im Shop gibt es hier ein komplett neues Set mit zwei Skins und zwar einmal gibt es hier einmal den neuen Sandsturm Skin, der weibliche neue Skin aus dem ewigen Sandeset, den gibt es hier sogar in mehreren Stilen, einmal hier mit Maske und einmal ohne Maske. Den Skin kennt man ja auch schon von einem Ladebildschirm, ist eigentlich echt ein mega neister Skin wie ich finde. Dazu gibt es jetzt auch einen neuen Männlichen und zwar Simital heißt der glaube ich hier, ich weiß nicht ob es richtig ist. Hier auch wieder in zwei Stilen, einmal mit Maske und einmal ohne Maske, finde ich sieht auch ganz okay aus. Ich finde den weiblichen aber ein bisschen besser, können wir gerne in den Kommentaren schreiben was ihr besser findet. Dazu gibt es ja auch neue Lackierungen und zwar Emblemen, ich zeige mir hier die ganzen Modelle und ich finde auch die Lackierung sehr okay aus, ist auch animiert. Und ja passt natürlich auch sehr gut zu den Skins, fahre ich auf jeden Fall. Und dazu gibt es dann auch noch hier Kondensstreifen, das sind hier die Krone Kondensstreifen, man kann sich die hier also passender zu holen. Aber ich finde die jetzt auch ganz okay, sind halt so, ich sag jetzt mal Feuerstreifen oder so, sehen ganz okay aus. Ja und das sind auch schon hier die vorgestellten Gegenstände und wenn ihr von was kaufen wollt, könnt ihr mal ganz kurz rechts unten auf Unterstützer ein Quater klicken und mein Code D2 eingeben. Wie man sieht, der ist gerade wieder draußen, deswegen gebe ich ihn neu ein, einfach nur D2, dann auf Annehmen. Würde mich mega, mega freuen, wenn ihr das machen würdet. Und jetzt kommen wir schon direkt zu den täglichen Gegenständen, hier sind wir immer zwei weitere Skins. Einmal ist hier die Dschungelsperlerin, die ist ja einfach sehr sehr oft im Shop, sehr günstiger Skin, sollte eigentlich jeder jeder kennen. Dann gibt es noch die Markimeisterin, der weibliche Skin aus dem Sushi Set, durchaus auch ganz okay der Skin. Gefällt mir jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht so besonders, also ich würde mir die eher nicht holen. Dann gibt es hier noch die Dreiersternhacke, die war auch schon sehr oft im Shop, hat drei Klingen hier, sieht ganz okay aus, ich zeige mir direkt den Ton hier. Und ansonsten gibt es noch Luftrettung, der kleine Helikopter aus dem Rettungskräfteset, sowas finde ich immer mega nice, ich fahre solche Leiter irgendwie mega cool. Und dann gibt es immer zwei Modes, hier einmal auf großem Fuße. Ja, sehr lässiges, entspanntes Emote und dann gibt es ja auch noch Ruf zur Schlacht. Ja, und dieses Emote war schon insgesamt 136 Tage nicht mehr im Shop und heute hier zurück. Sehr kurzes Emote, ich finde es immer noch mega nice und das auch schon der gesamte Shop von heute.